Hallo meine Lieben, bald ist es soweit, wir feiern 20 Jahre Nature One. Das ist für mich unvorstellbar, aber es ist tatsächlich so. 20 Jahre, ich spiele glaube das zehnte Mal. Und ja, die Nature One ist für mich sowieso das absolute Highlight im Festival Sommer. Und ich freue mich darauf. Ich freue mich auf euch, ich freue mich auf den Send Recircles, ich freue mich im Allgemeinen auf die Nature One und wir lassen es richtig krachen. Das kann ich auf jeden Fall schon mal versprechen. Bis dann, euer Felix. Ciao.